Jedes Unternehmen hat einzigartige Herausforderungen. Aber was wäre, wenn Sie mit nur einem einzigen Tool die wichtigsten Herausforderungen lösen könnten? Liferay DXP wurde entwickelt, damit Ihr Unternehmen Ihren Nutzern die besten digitalen Erlebnisse anbieten kann. Egal ob es um Mitarbeiterinnen, Kundinnen, Lieferantinnen, Partnerinnen, Studentinnen oder Bürgerinnen geht. Liferay ist flexibel und bereit für die Integration bestehender Technologien und Prozesse. Und dank hoher Skalierbarkeit sind schnelles Wachstum und die Einführung neuer Systeme kein Problem. Entwickelt, um die technischen Anforderungen Ihres IT-Teams zu erfüllen und Ihren Business-Teams hohe Benutzerfreundlichkeit zu bieten, versetzt die Plattform Unternehmen in die Lage, out-of-the-box personalisierte Lösungen wie Intranets, Self-Service-Portale, E-Commerce-Sites und Integrationsplattformen zu erstellen. Bauen Sie Ihre Lösungen auf einer flexiblen, integrationsfähigen Digital Experience-Plattform mit Enterprise-Focus und einem Top-B2B-Rating. Liferay DXP – eine Plattform, unendliche Möglichkeiten. L widespreader Technologien Liferay nutrients Vielen Dank.